Hallihallo und Willkommen zurück zu Tates of Symphonia, Dawn of the New World. So, wir gehen jetzt in das königliche Cybeck-Institut, was auch immer, um mit Director Snyder zu sprechen. Oder Schneider? Ich weiß gar nicht, wie sie das aussprechen im Englischen. Snyder, glaube ich. Erster Stock, haben sie gesagt. Den Gang runter. Letztes Zimmer oder so? Das Gefangenen-Dilemma? Das ist genau das, was ich schon seit drei Jahren herauszufinden versuche. Ah, Spieltheorie. Okay. Ach, die haben nur das eine Zimmer, na gut. Wer bist du? Dies ist Direktor Snyders Büro. Terribly sorry, dass ich dich alle erwartet habe. Jetzt, willst du, dass du das Tempel der Lichter zu kommen? Ja, und da gibt es etwas anderes, was wir uns fragen. Was kannst du uns erzählen über die Person namens Aster? Und Richter, als auch? Aha! Ich wusste, dass du und Aster sind, als ich dich verletzt habe. Also, bist du sein Bruder? Nein, du siehst... Das ist eine sehr interessante Geschichte. Du kannst du sehr gut sein, Aster. Du hast bestimmt genug wie ihn. Hast du deine Relativen in Luwin, als du jung warst? Nein. Ich habe sie mit dem ersten Mal, nach Palma Costa zu attacken. Dann ist es bestimmt möglich, dass Aster auf dein Name und Identität in einem Ort. Aber Emile ist nicht zu jung, dass du hier ein Researcher bist? Aster begann die Forschung in unseren Fakilien, als er 9 Jahre alt war. Er war großartig. Es war schwer zu glauben, dass er nicht ein Half-Elf war. Wenn er noch alive war, er hätte 18 Jahre alt. Emile, wie alt bist du? Ich bin 16 Jahre alt, aber wenn ich wirklich meine Erinnerung habe... Genau. Du wirst nicht wissen, wie alt bist du eigentlich bist. Was hat Aster recherchiert, als er hier war? Er war eigentlich studieren Summon Spirits. Ich glaube, dass du ihn in der Elemental Research Laboratory kennengelernt hast. Ich wusste, dass ich Emile von irgendwoher kennengelernt habe! Richtig! 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 Richtig, dass ich hier auch bin, neben dir. Dann stoppe sich, als du gewiss точcagen kannst! Richtig! Das ist wirklich schön. Und in den Minutesituationen auch bestimmt alles absolut nicht leicht, deswegen ist diese Geste umso wichtiger. Oh Mann. Okay, dann schauen wir mal, was zum Tempel des Blitzes passiert, weil, ähm, ja, so langsam spitzt sich ja alles irgendwie zu, zumindest hab ich das Gefühl. Wie lange das Spiel jetzt noch geht, weiß ich ehrlich gesagt auch gar nicht. Müssen wir jetzt mal sehen. Oh oh. Sie sehen, dass sie tot sind. Oh, verdammt. Oh nein! Wer könnte das tun? Wer hat das getan? Wenn es ein Körger in diesem Tempel ist, dann ist es für die Frage... Lloyd? Es könnte nicht sein. Dann vielleicht die Vanguard... Marta, ich bin sorry, dass das schwer für dich ist. Nein, das ist okay. Ich bin opposed zu dem, was die Vanguard macht, und ich will verraten Vater. Die Vanguard ist hier, wir haben keinen Moment, um zu verlieren. Ja, so schlecht, wie sie es gewesen sind. Sie haben das nicht verdient. Ich würde es gerne geben, diese zwei ein properer Begründung zu geben. Wir können sie nicht einfach so wie das. Aber wenn die Vanguard hier ist, haben wir noch einen Moment, um zu verlieren. Wir haben keine Wahl, um sie für jetzt zu verlieren. Oh, nein. Ja, du bist richtig. Ich bin sorry. Es sieht aus, wie ich mit diesem Ort verbunden bin. Ob ich es mag oder nicht. Es scheint etwas zu beschäftigen, Shina zu beschäftigen. Ja, ich glaube auch. Ja, ich glaube auch. Okay. Willst du mal schauen? Was denkst du, das ist? Es sieht aus wie ein paar Forschungsnoten. Mal schauen. In kurzem, die dimensionale Boundary zu einem bestimmten Level ist Ratatosk. Ratatosk? Diese Noten sind über Ratatosk? Es sieht aus wie es. Das Ding ist ziemlich tief. Ich kann es kaum verstehen. Die Staffe von der Imperial Research Academy sind hier, oder? Ja. Das muss ich hinterlassen haben. Ich werde es jetzt aufhalten. Mal schauen. Mal schauen. Sto Geld ist das hier. Ich werde es jetzt aufhalten. Ich weiß nicht, was ich meine. Das ist auch eine Art, wie er in der Forschungsnoten geschrieben hat. Es ist im Sprache der Angeln. Ich könnte es nicht richtig lesen. Aber warum würde das in diesen Sounds geschrieben werden? Hier! Vielleicht können Sie das jetzt mal lesen. Jetzt mal schauen. Es sagt, Welche Zenturieren sind eingeschösen und angestellig. Wie wahr. Oh, wer diese Noten schreibt, muss ein wirklich brillanter Forscher sein. Lass uns das machen! Das ist schon mal weg vom Fenster. Jetzt haben wir hier eine Raupe. Pfefferauch. Also diese Raupe ist ja echt nervig. Muss ich mal sagen. Die ist so, so dick und so unbeweglich. Okay, aber wenigstens dreht sie sich auch langsam um. Aber sie heilt sich auch irgendwie langsam. Ach, Dark Radius finde ich immer noch unglaublich cool, die Attacke. Frag mich nicht warum. So, jetzt bist du weg. Oh nein! Okay. Ja, Sheena, hau mal rein. Warte mal, jetzt müssen wir grad mal schauen. Automatisches Objekt muss natürlich aus sein. Äh, genau wie hier. Natürlich müssen wir das ausmachen. Sonst kriegen wir in Kämpfen, die keine Bosskämpfe sind, Probleme. Ähm, ne, dann kriegen wir in den Bosskämpfe das Problem, wenn die die ganzen Items benutzen. Ha, der Schweil ist keine Chance. Ein paar Level... ...ist in Ordnung. Wow, was war das denn? Wieso gibt es da in der Tür? Es ist wirklich gefährlich. Wir können sicher sein, wenn wir die Leute in unserer Partie sind. Warum ist das das? Na, sie sagen, das sind große Objekte. große Objekte. Oh, ja. Jetzt, dass du es nennen möchtest, Regal ist ziemlich groß. Na dann, wir haben nichts zu beschäftigen. Wir betrachten auf dich, Mr. Lightning Rod. Ja, ihr seid ja nett, Freunde. Blauer Blitz. Hat mich jetzt gerade ein Blitz getroffen, oder was ist los? Das wäre schlecht. So viel kann man sagen. Dann müssen wir mal schauen. Okay, dann komm mal her. Aua, was hab ich denn da... Wurde ich irgendwie geschwächt oder sowas? Also irgendwie so einen negativen Effekt scheinbar bekommen zu haben wieder. Eben. Na komm, wir hauen einfach drauf jetzt allesamt. Na komm, einfach drauf. Ist egal, ich kann eh nichts machen. Ach, da hinten war noch eine. Oh, die hab ich gleich gesehen. Ach, ja. Stahl? Hab ich das jetzt richtig gelesen? Müssen wir grad mal nachschauen. Äh, nee. Arts. Stahl. Ja, tatsächlich. Nee, das können wir auch wegmachen. Druckbildhandschuhe. Das ist die... Aha. Okay. Lichtbrechende Handschuhe. Interessant. Nein. Ich mag nicht. Vielen Dank. Das wäre nicht Lloyds-Stil gewesen. Das wär nicht Lloyds-Stil gewesen. Wir müssen sie stoppen. Ja, lass uns gehen. Das war's. Warte mal ein bisschen. Emil, warum nicht sie die Noten haben? Die Noten haben wir gefunden? Noten? Sie sind die Noten auf Ratatask. Vielleicht sind die Noten Rallina gesagt, sie hat sie verraten. Wo können wir sie finden? Sie war viel deeper in den Tempel. Ich hoffe, sie ist okay. Wir gehen. Wir werden uns, Rallina. Die resten von euch, bitte raus. Bitte bitte die Royal Army auch. Sie werden sie auch verraten. Wir werden es tun. Du sollst diese Noten an Rallina geben. Sie war beschäftigt, sie zu finden. Ich werde es tun. Okay, dann werden wir mal als allererstes speichern. Okay, da kommen wir nicht durch, wie es ausschaut. Da hinten ist eine Kiste. Ja, okay. Dann gucken wir doch mal, was wir hier so reißen können. Und was uns jetzt dieser Blitz bringt. Ach, den könnte ich mal versuchen auf dieses Blitz Ding anzuwenden. Ob das was bringt. Okay, aber erstmal machen wir hier dieses Ding kaputt. Na komm. Und. Na. So. Weg. Na komm schon. Dann geh ich mal auf den Dings hier. Dann können die da hinten drüben besser arbeiten. Und den hier kriege ich ja schnell kaputt eigentlich. Und jetzt der hier noch kaputt. Jawohl. Dann haben wir hier noch den einen übrig. Na komm. Lass sich ja mal treffen hier. Rollender Stein ey. Jawohl. Und jetzt wechseln wir mal eben auf Regal. damit er auch was zu tun hat so ach okay hier haben wir nämlich gelben blitz da haben wir blauen und hier gar keinen okay da drüben ist gar nichts jetzt verschwunden müssen wir jetzt gerade mal schauen also hier haben wir wieder blitze schon eine art gerät zu sein das ist korrekt genau da drinnen haben wir sachen stehen in das wasser sollten wir aber können wir da reingehen nein können wir nicht das war furchterregend ich frage mich etwas gegen diesen blitz unternehmen können blitze schlagen meist an hochgelegenen orten ein wir müssen nur an irgendeiner stelle hohen stelle einen blitzableiter anbringen in ordnung ich versuch's na super die aua okay was machst du denn komische raupe ja okay guck mal dass wir die vielleicht noch so hinkriegen ich wollte jetzt kein trank des lebens verschwenden du hast automatisch objekt nicht okay müssen jetzt aber das ist natürlich richtig dumm ich versuche jetzt mal zu das verdommen das wollte ich gar nicht ich wollte eigentlich fliehen ja gut laterit das ist nicht so gut das ist echt überhaupt nicht gut ja guck mal dass wir hier rauskommen schnell dann müssen wir mal gerade das mana verbrauchen okay dann passt das auch so dann müssen wir mal schauen was wir jetzt hier machen können es ist wirklich dunkel müssen aufpassen wo wir hin treten wenn wir fallen müssen wir schnell a drücken um uns zu retten ja hier haben wir so ein bisschen zeitdruck durch diese blitze dauernd meinen auf uns runterfallen zu müssen okay und was ist jetzt Okay, das kriegen wir schon hin. Hoffe ich. So, okay, der hat schon mal einen Schaden abbekommen. Au. So, wie geht's denen drüben? Das ist in Ordnung alles. Sehr schön. Nein, au, au, au. So, jetzt kriegst du noch eins ins Gesicht. Sehr gut gemacht, Latterit. Okay, ein Blitz mit dem wir nichts anfangen können. Äh, gelb hilft uns auch nicht weiter. Wir brauchen blau. Äh, wir haben blau, meine ich. Und ich geh jetzt einfach mal davon aus, dass es wirklich so einfach ist. Bewegt sich nicht. Ähm, gelbes kriegt man mit gelbem weg und blaues mit blauem. Okay, das hier ist kaputt. Äh, machen wir mal hier noch ein bisschen was von. Lotteriegummi. Oh Mann. Ja, da brauchen wir jetzt gar nicht groß irgendwas einkaufen. So, aber an dieser Stelle bedanke ich mich fürs Zusehen. Wir sehen uns in der nächsten Folge von Tales of Symphonia wieder. Bis dann. Ciao.